Hallo, schön, dass Du wieder dabei bist bei Deinem Podcast Erfolgreich Glücklich Sein. Ich bin Walter von Herz über Kopf, Deinem Podcast, der Dich in Dein ganzes Strahlen, in Dein Potenzial und in die Erfüllung Deiner Herzenswünsche bringen kann, wenn Du jetzt zuhörst und ich freue mich, dass Du dabei bist. Und ich möchte heute einmal die Frage stellen, wie kann ich mit weniger machen mehr erreichen? Und ich glaube, das kennst Du sehr gut aus Deinem Leben, dass Du das auch immer versuchst, etwas zu machen, dass Du irgendwo versuchst, hinzukommen, dass Du versuchst, Dein Leben zu verbessern, vielleicht sogar Dich zu entwickeln, dass Du viele Seminare vielleicht sogar machst oder viele Meditationen machst und viele Übungen machst und all das machst, machst, machst und letztendlich irgendwie steckt da doch irgendwie der Wurm drin, dass es dann doch nicht alles genauso wird, wie Du Dir das wünschst. Und ich möchte heute mal genau an dem Punkt ansetzen, wie kann ich denn weniger machen und trotzdem mehr erreichen? Schwer doch schön, wenn das wirklich funktionieren könnte. Und da will ich anfangen erstmal mit der Frage oder mit der Aussage, die wir immer wieder hören, wir sind schöpferische Wesen. Wir sind Wesen, die durch ihre Gedanken und durch ihre Handlungen, durch ihre emotionale Ausstrahlung, wir sagen ja immer diese Energiewolke, mit der Du durch Dein Leben gehst, die bewirkt etwas im Außen, ja, dass wir eigentlich die ganze Zeit unser Leben mitgestalten. Wir kreieren unser Leben mit. Soweit bist Du sicher im Boot, weil sonst würdest Du diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören und wenn Du nicht sogar die Ahnung hättest, ja, irgendwie habe ich ja da was zu tun. Irgendwie könnte es schon sein, dass ich mein Leben mitgestalte oder vielleicht bist Du sogar schon ganz lange auf dem Weg und sagst, naja, klar weiß ich das, dass ich mein Leben mitgestalte, aber irgendwie klappt es dann doch nicht so. Ich habe schon so viele Seminare besucht und schon so viele Meditationen gemacht. Und vielleicht ist da genau dieser Impuls heute einer für Dich, dass Du Dir überlegen kannst, ja, was ist denn eigentlich mit diesem Machen und wie könnte ich weniger machen und trotzdem mehr erreichen? Und da will ich als erstes mal die Frage stellen, Dir die Frage stellen, aus welcher Energie heraus machst Du denn all das? Aus welcher Energie heraus besuchst Du zum Beispiel Seminare? Hörst Du Podcasts? Machst Online-Programme? Gehst auch zur Arbeit, versuchst Dinge zu erreichen? Aus welcher Energie heraus, aus welcher Grundenergie heraus machst Du das? Das ist natürlich jetzt nicht sofort so einfach mit dem Kopf zu beantworten, aber die Frage ist natürlich, ob da nicht sogar eine Energie des Mangels oder eine Energie der Unzufriedenheit, eine Energie des Nicht-Wollens von dem, was jetzt gerade da ist, dahinter liegt. Und ich kann Dich beruhigen, das wäre wirklich das Normalste von der Welt, wenn es so wäre. Warum? Weil wir ja uns alle irgendwo in gewissen Situationen nicht so toll fühlen und wir sie verändern wollen. Weil sonst würden wir ja gar nicht auf diesem Weg der Veränderung sein, wenn wir nicht das nicht so toll fänden, was jetzt gerade da ist. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass wenn wir aus der Energie heraus des Mangels oder der Kleinheit oder des Getrenntseins oder des Minderwerts etwas versuchen in unser Leben zu bringen und uns dabei anstrengen. Also indem wir aus der Energie heraus des Mangels versuchen, endlich Geld anzuziehen. Wenn ich aus der Energie des Getrenntseins versuche, eine Beziehung zu erschaffen, in der Verbundenheit existiert. Oder wenn ich aus der Energie von Minderwert oder Kleinheit versuche, Mehrwert und innere Zufriedenheit, innere Fülle zu generieren. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen kann, wenn du dir vorstellst, dass du genau dieser Energiewolke, in der du da bist, ausgesetzt bist, dass du in dieser Energiewolke existierst, des Mangels, des Minderwerts, des Getrenntseins und jetzt sagst du so, und jetzt versuche ich hier etwas zu verändern. Und die meisten kümmern sich nicht um ihre Energiewolke, sondern gehen dann ins Machen. Also sie machen alles Mögliche und natürlich auch spirituelle Sachen. Sie machen Rituale, sie machen Meditationen, sie machen Seminare und so weiter und so fort. Aber sie nehmen diese Energie mit. Sie lassen diese Energie nicht bewusst zurück oder durchdringen sie, lernen sie kennen, sondern sie versuchen aus dieser Energie heraus jetzt etwas zu tun, damit es sich endlich ändert. Warum strengen wir uns so an? Weil wir aus Mangel Fülle erzeugen wollen, weil wir aus Getrenntsein Verbundenheit erzeugen wollen und weil wir aus Minderwerten Mehrwert erzeugen wollen. Und darin, allein in dieser Anstrengung liegt etwas, das uns etwas in den Weg stellt, nämlich indem wir versuchen, aus dieser Energie heraus etwas zu bewirken. Ist es so, wie wenn du mit so ausgestreckten Armen etwas versuchst zu erreichen und es immer weiter von dir wegschiebst. Oder es mag nahe kommen, aber es ist immer nicht wirklich da, sondern du schiebst es letztendlich mit dieser Ausstrahlung vor dir her, anstatt es anzuziehen. Ein anderes Beispiel ist, dass du eben immer versuchst, etwas in dieser Zukunft zu erreichen, aber letztendlich das, was du jetzt hast, einfach nicht wertschätzt und auch nicht willst und es scheiße findest und sagst, nee, ich möchte hier weg. Ich möchte hier, ist doch ganz normal, ich will diese Zukunft haben, weil ich das jetzt so blöd finde. Und genau diese Ich-will-nicht-Energie ist, stell dir vor, du schiebst so einen Schrank vor dir her, letztendlich das vor dir her schiebst, was du eigentlich willst. Also bleibt wahrscheinlich keine andere Wahl, das irgendwie hinter uns zu lassen. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie kann ich es denn hinter mir lassen? Wie kann ich denn etwas hinter mir lassen, was ich bin? Wie kann ich etwas loslassen, wo ich auch verstehe, dass es mich hindert an dem, was ich mir eigentlich wünsche und ich mich immer so anstrenge und ich mich immer wieder, ja, auf den Weg mache und immer wieder meine ganz klare Entscheidung und auch meine Vision vielleicht sogar schon kenne, aber letztendlich eben diesen inneren Mangel nie kennengelernt habe oder diese innere Getrenntheit. Und ich lade dich heute einmal ein, eine Sache zu nehmen, die du dir wünschst in deinem Leben und die du schon sehr lange versuchst zu erreichen. Überleg mal, was könnte das sein bei dir? Nehmen wir mal die finanzielle Fülle, nur als Beispiel. Du wünschst dir mehr Geld, mehr Wohlstand. Ich will endlich, dass keine Mahnungen mehr bekommen. Ich möchte nicht mehr irgendwie in diesem Druck sein am Ende vom Monat, wo ich denke, jetzt brauche ich einfach noch 500 Euro, da wäre das Leben eigentlich wesentlich leichter und ich kann es total verstehen. Aber genau diese Energie, spür mal, was da drin steckt in diesem Mangelgefühl, in dem Gefühl nicht genug zu haben und auch in diesem Gefühl, dass du die Situation, so wie sie jetzt gerade ist, einfach nicht willst. Dass du sagst, nein, ich will hier weg, ich will hier weg. Ich will das endlich ändern. Vielleicht ist es auch eine Beziehung, eine partnerschaftliche Beziehung, wo du denkst, ja, boah, ich will da endlich raus. Ich möchte endlich mal eine Beziehung haben, wo ich gesehen werde, wo mich jemand versteht. Ich möchte endlich auf Augenhöhe mit meinem Partner sein. Ich wünsche mir so sehr, dass er auch etwas macht, was ich mache, zum Beispiel spirituelle Entwicklung oder vielleicht den Sport, den du dir wünschst oder, ja, es gibt so viele Möglichkeiten, dass du dir etwas wünschst, aber meistens schauen wir nicht in die Energie rein, nämlich die Energie des Mangels. Und jetzt nimm mal ein Beispiel für dich, in dem du sagen kannst, ja, genau, das wünsche ich mir und es kommt einfach nicht. Und jetzt fühl mal in die Energie rein, die in dir ist, wenn du daran denkst. Und vielleicht tauchen sogar Erinnerungen auf oder Erlebnisse auf aus der jüngeren Vergangenheit, wo du merkst, ja, genau, das will ich nicht mehr. Vielleicht kommt da so die Erinnerung, ja, boah, am letzten Monat, da war echt dein Dispo wieder komplett am Limit. Und ich war so frustriert, weil ich denke, Mensch, es ist doch genug Geld da, warum fließt es nicht zu mir? Warum fließt es zu anderen, aber nicht zu mir? Oder vielleicht kommt eine Situation mit deinem Partner, wo er euch streitet und wo du so denkst, boah, ey, warum versteht er mich nicht? Oder warum versteht sie mich nicht? Und jetzt spür mal rein in diese Energie. Spür mal rein in dieses Energiefeld um dich rum, mit dem du durch dein Leben gehst, auch wenn es natürlich für dich bewusst nicht immer präsent ist, sondern dass es etwas ist, was natürlich unterbewusst immer in deinem Energiefeld mitschwingt. Und du jetzt versuchst, nee, ich möchte jetzt was verändern. Ich will was verändern. Aber du trägst dieses Energiefeld mit dir. Also spür doch mal, was du für einen energetischen Abstandhalter zu deiner Vision in dir hast. Ist es Mangel? Ist es Minderwert? Ist es Kleinheit? Ist es Angst? Spür mal genau hin, was es bei dir ist. Das Einzige, um diese Energie wirklich bewusst zu integrieren, ist, sie zu fühlen, sich mit ihr auseinanderzusetzen und einen Moment anzuhalten in dem Jetzt, anstatt davon zu rennen in die Zukunft und sie vor dir herzuschieben. Also einen Moment anzuhalten und zu spüren, wow, okay, ich fühle mich irgendwie klein und ich fühle mich minderwertig und manchmal fühle ich mich nicht verstanden. Und das darf jetzt so sein. Und das ist, glaube ich, der erste ganz wichtige Tipp, den du sicher auch schon tausendmal gehört hast, aber ich sage dir trotzdem nochmal, das, was jetzt da ist, für einen Moment da sein zu lassen und für einen Moment diesem Jetzt zu erlauben, so zu sein, wie es ist. Heißt, muss nicht so bleiben. Du musst dich auch nicht damit abfinden. Aber es ist jetzt so. Und das ist ein Fakt und den kannst du nicht verändern. Und in diesem Fakt zu akzeptieren, dass das Jetzt so ist, wie es ist. Und allem erlauben da zu sein, auch deinem Widerstand. Also versuch mal auch deinen Widerstand gegen das, was ist, einfach nur da sein zu lassen. Du kannst auch deinen Widerstand ansprechen und sagen, okay, du darfst da sein. Dich entspannen, während du im Widerstand bist gegen das, was jetzt gerade ist. Und das ist ein ganz interessanter Moment, weil wenn du jetzt genau hinfühlst, wird eins passieren. Denn der Widerstand, der braucht dein Nein, um zu existieren und aufrecht oder stark zu bleiben. Sobald du ihm erlaubst, da zu sein und auch bereit bist, dich zu entspannen in diesen Widerstand hinein, in dieses Nein anzuhalten und all das zu fühlen, was jetzt gerade da ist, wird es weniger. Dein Widerstand braucht dein Nein, um da zu sein. Und du wirst merken, in dem Moment, wo du jetzt nicht davon eilst und versuchst, Dinge zu machen, damit das jetzt endlich anders wird, sondern den ersten Schritt zu tun, erstmal überhaupt anzuhalten, wahrzunehmen, was da ist und wir sagen immer, die Herausforderung anzunehmen, die dir das Leben jetzt in diesem Moment stellt. Und dazu gehört Bewusstsein. Bewusstsein heißt ja nicht, dass du in einer Höhle sitzt und irgendwie meditierst, sondern Bewusstsein heißt, achtsam zu sein mit dem, was jetzt gerade ist und zu merken, wow, jetzt kommt gerade wieder eine Herausforderung. Das Leben testet mich, sagen wir uns immer gegenseitig. Wenn sowas hochkommt, sagen wir, wow, guck mal, hier kommt gerade wieder ein toller Test. Und dieser Test des Lebens, und Christina und ich, wir testen uns auch gegenseitig immer wieder, indem sie meinen Knopf drückt, habe ich einen Moment die Möglichkeit, darauf einzusteigen oder ich kann mich um meinen Knopf kümmern, weil der ist ja bei mir. Also der erste Schritt, um überhaupt mit weniger mehr zu erreichen, ist anzuhalten und aufzuhören, das Nächste zu tun, sondern einfach nur da zu sein. Und da können die wenigsten von uns wirklich was mit anfangen, weil, ey, was soll ich denn jetzt machen? Wenn ich nichts mache, dann ist es langweilig und unser Ego hasst das. Das Ego will immer etwas tun. Das Ego wird auch gerne spirituell, hängt sich gerne so dieses Om-Mäntelchen um und meditiert mit, macht Yoga mit und ernährt sich toll. Aber letztendlich schleppst du dein Ego in dem Moment immer mit und es wird sich nicht wirklich verändern, weil wenn dein Ego meditiert, meditierst du nicht wirklich selbst, sondern du nimmst diese Energie von Mangel und von Kleinheit und von Getrenntheit mit in deine Zukunft. Also anhalten und diese Gefühle, die jetzt gerade da sind, einfach nur da sein zu lassen und sie zu durchdringen, indem du dir erlaubst, hinein zu sinken, hinein hindurch zu gehen und dein Herz zu öffnen für das, was jetzt gerade ist. Und wie öffnet man sein Herz? Sein Herz öffnet man letztendlich einfach nur so, indem man aufhört, es zuzuhalten, indem man loslässt. Du kannst dir das Herz so vorstellen, als würdest du etwas wie so eine Art Lotusblume immer zuhalten oder irgendeine Blüte immer zuhalten mit deinen Händen, um sie zu schützen. Letztendlich möchtest du nicht, dass das, was da drin ist, irgendeinen Schaden nimmt, deswegen hältst du diese Blume zu, aber so kann sie natürlich auch keiner sehen und du kannst sie nicht fühlen. In dem Moment, wo du die Hände wegnimmst, bildlich gesehen, und diese Blume aufgehen lässt, also anhältst und loslässt, in dem Moment öffnet sich dein Herz für das, was jetzt gerade da ist, nämlich Wut, Ohnmacht, Angst, Trauer, Schuld, all die negativen Gedanken, eine Situation, die du verändern möchtest. Und du öffnest dein Herz für diese Situation und sagst, okay, Leben, ich nehme die Herausforderung an, jetzt und ich bin bereit, diesem Jetzt zu erlauben, genau so zu sein. Und das ist der allerwichtigste Schritt auf diesem Weg, durch weniger mehr zu erreichen, weil in diesem Moment machen wir gar nichts. In diesem Moment lassen wir einfach nur los. Verändere also deine Energiewolke, mit der du unterwegs bist und du veränderst das Resultat, du veränderst das, was dir passiert. Natürlich alles total unterbewusst, aber denk immer wie an so einen energetischen Abstandhalter, den du nicht fühlen kannst. Und es ist so, wie wenn die Karotte an einem Stock vor dir hängt und du ihr hinterher rennst, anstatt zu warten, dass sie zu dir kommt. Und natürlich ist das in unserer Vorstellungskraft so absurd, dass wir sagen, wieso soll denn etwas zu mir kommen? Ich muss doch da hin. Und genau hier liegt der große Switch, die große Herausforderung, neu zu denken. Warum? Weil du etwas anziehen kannst, durch deine Ausstrahlung. Und jetzt denk einfach mal an so einen Tag, wo es richtig scheiße lief, wo es richtig blöd lief, wo alles zusammengekommen ist. So einen Montagmorgen, wo du mit dem linken Fuß aufgestanden bist. Ich meine, in negativer Weise funktioniert es doch auch. Wenn du richtig mies drauf bist, dann passiert dir doch meistens auch nicht das Glück überall. Und jetzt denk mal an die Situation, wo du total verliebt warst und alles geklappt hat und du das Leben so genommen hast, wie es war. Wo du den Flow in dir hattest, wo du auf der Welle des Lebens gesurft bist. Wenn du einfach diese Magie einmal nimmst und Menschen anschaust, als Vorbilder nimmst, die genauso leben. Ich meine, nimm mal Stefan Raab. Gut, Stefan Raab ist jetzt auch schon eine Weile aus dem Business wieder raus. Aber der hat doch Jahre, Jahre lang alles, was er gemacht hat, hat funktioniert. Und irgendwann hat ihn ein Journalist gefragt und gesagt, Herr Raab, warum klappt alles, was Sie in die Hand nehmen? Warum wird alles zu Gold? Und da hat Stefan Raab ihn angeschaut und hat gesagt, ich habe mir noch nie überlegt, dass es nicht so sein könnte. Also er geht mit dieser Erfolgswolke, das klappt auf jeden Fall durch sein Leben. Er muss es natürlich nicht hinterfragen, weil bei ihm ist es eine Erfolgswolke. Wie ist es bei dir und deiner Wolke? Und das ist letztendlich genau das, worum es geht. Und natürlich fragst du dich jetzt, wie verändere ich meine Energiewolke? Wie kann ich es schaffen, dass ich etwas anderes ausstrahle? Natürlich, wie vorhin schon erwähnt, erstmal, indem du das kennenlernst, was du ausstrahlst und diese Blockaden in dir löst. Wie du dein Energiefeld reinigst, wie du die Emotionen, die du ausgegrenzt hast und verdrängt hast, in deinen Keller hineingeschoben hast, indem du sie aus dem Keller wieder rausholst und umarmst, indem du wieder ein komplettes Energiewesen wirst. Nämlich eines, das auch Wut, Trauer, Ohnmacht und Angst hat, aber eben nicht nur unterschwellig unter dem Deckmäntelchen, sondern indem es diese Emotionen in sich wieder aufgenommen hat und umarmt hat, indem es Fühlen gelernt hat. Und das kann ich als Mann sagen, weil ich bin den Weg gegangen. Ich konnte überhaupt nichts wahrnehmen. Ich habe mir mein Leben schön geredet. Ich habe die ganze Zeit nach außen toll gewirkt, aber nach innen war es nicht immer so toll, wie ich nach außen gewirkt habe. Und ich habe angefangen, mich mit dem Innen zu beschäftigen, um dann etwas anderes auszustrahlen. Und das klingt einfach, ist natürlich nicht leicht, aber das System ist einfach. Wir versuchen im Außen etwas zu erreichen. Wir rennen herum, wir arbeiten, wir machen, wir tun. Und an den wirklichen blinden Flecken rutschen wir vorbei. Und das ist natürlich genau die schwierigste Herausforderung, seinen eigenen blinden Fleck zu finden. Und da helfen natürlich auch gute Freunde und da helfen auch natürlich auch Seminare. Nur es geht darum, es im Alltag zu leben und im Alltag anzuhalten, wenn du gerade wieder Vollgas gibst. Und das ist vielleicht wirklich der wichtigste Hinweis heute. In dem Moment, wo du in deinem Alltag plötzlich merkst, boah, ich fühle mich gerade schlecht, was ist eigentlich los? Und ich werde mit allen möglichen Situationen konfrontiert, langsamer zu werden, in dem Moment, wo du normalerweise schneller wirst. Zu spüren, okay, was kommt da gerade hoch? Wirklich dein Energiefeld zu reinigen, indem du es durchfühlst, wahrnimmst und loslässt und wieder neu ausrichtest. Indem du dich entscheidest, eben nicht in deinem alten Ich weiter zu rennen, sondern dich zu erinnern, was würde eigentlich mein neues Ich tun in der Situation? Was würde denn dein neues Ich tun in dem Moment, wo du merkst, boah, jetzt läuft es wieder genauso wie immer? Dein neues Ich würde nicht rennen und weiter rennen und weiter rennen, sondern es würde anhalten, es würde sich neu zentrieren. Und das ist das Einzige, was du tun kannst, wirklich nach innen zu gehen und dich neu auszurichten. Also ist der Trick, mit weniger mehr zu erreichen, zu verstehen, dass, wenn ich etwas wachsen sehen will, zum Beispiel einen Rasen, dann kann ich nicht daneben stehen und an ihm ziehen, sondern ich muss erlauben, in seiner Geschwindigkeit zu wachsen. Und er wächst schneller, verrückterweise, wenn ich loslasse, wenn ich ihm all das gebe, was er braucht und im richtigen Moment eben nicht auf ihm herumtrample, sondern zu sagen, stopp, stopp. Mein altes Ich würde jetzt gerne auf diesem Rasen herumtrampeln, aber ich halte an und mach genau das eben nicht, weil ganz oft fallen wir wieder zurück in diese alten Muster, weil wir unbewusst geworden sind und weil wir eben nicht bemerken, dass wir genau das torpedieren, was wir uns eigentlich wünschen, dass wir Erfolgsverhinderer in uns haben und dass wir wieder zurückfallen. Es gibt natürlich viele Punkte, die ich jetzt noch anführen könnte, was man alles tun kann, wie man eine wirkliche Vision erstellt, wie kann ich diese Energiewolke kraftvoll nach außen bringen, aber ich möchte heute erstmal nur den Punkt herausgreifen, dass wir einfach zu schnell sind und zu unbewusst sind, dass wir nicht bemerken, wann mein altes Ich reagiert, warum, weil ich gar nicht weiß, wie mein neues Ich aussehen soll. Und ich glaube, nur diesen Punkt, das kann heute ein super Impuls für dich sein, dich darin zu beobachten, dich zu beobachten, wann reagiert mein altes Ich und wann reagiert mein neues Ich. Weiß ich überhaupt, wie mein neues Ich aussieht und wie es sich verhalten würde? Ich hatte ja vorhin gesagt, nimm dir ein Beispiel heraus und dann schreib dir mal zu diesem Beispiel auf, wie würde dein altes Ich reagieren in dem, was es sich wünscht, in Situationen, wo es nicht so toll läuft, wo du gefühlte Rückschläge erlebst und wie würde dein neues Ich reagieren? Und schau mal, ob du dir selbst Impulse geben kannst, wie dein neues Ich aussehen könnte. Nimm dir ein Blatt Papier und nimm dir die Zeit, schließ vorher die Augen und spür mal in dein Herz hinein. Und dein Herz ist die Tür zu diesem Feld, zu diesem Meer aller Möglichkeiten. Und wenn ich diese Tür zuhalte, dann wird es höchstwahrscheinlich schwer, den Zugang zu finden. Bevor du alles aufschreibst, nimm dir Zeit, fühl in dein Herz hinein, tauch ein in diese Energie, die dort ist, geh sozusagen durch die Tür und lass dein altes Ich einen Moment hinter dir und dann schreib mal auf, wie dein neues Ich aussehen könnte, wie es reagieren würde in den Momenten, wo es wieder schwierig wird. Und dann nimm dir ein einziges Beispiel und zwar das, was dir am meisten einleuchtet in diesem Thema und nimm dir vor, es für die nächsten, ja, machen wir es gar nicht so schwierig, für die nächsten 24 Stunden auszuprobieren. Und wenn du mutig bist, dann nimm dir die nächsten 48 Stunden. Aber mach es mal so richtig wie so ein Kind in der Schule und schreib dir genau das auf deine Hand. Nimm einen Kuli und schreib es auf die Hand. Genau das, was dein neues Ich tun würde, wenn ein Rückschlag in diesem Thema kommt. Und du musst jetzt ja nicht keine ganzen Storys auf deine Hand schreiben, sondern schreib dir ein Wort drauf. Mut, Vertrauen oder was auch immer dein Ich tun würde, dein neues Ich tun würde, um wirklich weiterzugehen, um ja die Brücke zu überqueren hin zu diesem neuen Ich, zu einer neuen Zukunft und zu dem, was du dir wirklich wünschst. Und wenn du das praktizierst, diese kleine, einfache Übung, wirst du merken, in den nächsten 24 Stunden stoppst du das alte Ich, dein Energiefeld immer wieder gleich aufzuladen. Du gehst vielleicht einmal weniger in den Kampf, in die Konfrontation, gehst vielleicht einmal weniger in den Rückzug, wenn das dein Muster ist. Oder einmal weniger in den Angriff. Und so kannst du dein Energiefeld neu aufladen. Macht doch Sinn, oder? In dem Moment, wo du es in deinem Alltag tust und jeden Tag und immer wieder, immer wieder etwas Neues in dein Leben bringst, in dem Moment kann sie auch dein Energiefeld verändern. Natürlich ist die effektivste Möglichkeit, dein Energiefeld zu ändern, Meditation. Meditation, indem du dir vorstellst, wie dieses neue Ich wirklich da ist. Und dafür haben wir einige Meditationen, die wir dir zur Verfügung stellen können. Zum Beispiel Meditationen, in denen du erstmal wirklich ganz tief eintauchst in diese Herzenergie und loslässt und aus diesem Loslassen heraus deine Vision visualisierst. Und eine andere Meditation, die helfen kann, ist unsere Grashalm-Meditation, in der du wirklich einmal den Kopf loslässt und einmal in dieses Schwingen hineingehst, in das Mit-dem-Leben-Gehen. Es gibt also viele Meditationen, die dir helfen, loszulassen. Und dennoch, mach mal heute diese ganz praktische Übung und versuche es in deinem Alltag auszuprobieren, wenn du dieses eine Wort hast und dieses eine Wort wirklich umzusetzen. Versprich dir morgens, dass du es heute wirklich machen wirst, wenn du vielleicht genau in einem Tag, wo du mit diesen Themen konfrontiert bist und dir Veränderung wünschst, zum Beispiel eine Begegnung mit deinem Partner, du wünschst dir eine neue, erfüllte Beziehung, du weißt jetzt, wie dein neues Ich damit umgehen würde und du setzt es in diesem Moment um. Und da bin ich gespannt. Ich bin sicher, dass genau dort, wo du anfängst zu rennen und plötzlich anhältst, etwas Neues passiert. Ich bin sicher, in dem Moment, wo du eigentlich in den Angriff gehen willst und dem anderen etwas um die Ohren hauen willst, dir vorgenommen hast, auf deine Hand zu schauen und da steht umarmen. Deinen Partner einfach zu umarmen und zu sagen, ich bin anderer Meinung und ich habe dich trotzdem lieb. Also versuch einmal etwas Kleines in dein Leben zu bringen, einen kleinen Schritt, etwas Neues in dein Leben zu bringen, um wirklich dein Energiefeld, deine Energiewolke an diesem Tag anders zu gestalten und du wirst merken, die anderen werden anders auf deine Energiewolke reagieren. Ich hoffe, dich hat dieser Podcast heute inspiriert, mal was anderes auszuprobieren und würde mich total freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und natürlich auf iTunes positiv mit fünf Sternchen bewertest. Das hilft dazu, dass er sich weiter verbreitet und ihn mehr Leute hören. Und ich danke dir erstmal, dass du heute dabei warst und bis zum Schluss durchgehört hast. Und ja, ich hoffe, dass du dein Licht zum Strahlen bringst und die Welt ein Stückchen heller machst. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag und sag Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020